Guten Abend, beim Wetter in den nächsten Tagen wird es wechselhaft und sehr windig. Und los geht's heute Nacht, weil da ziehen dann von Westen her Regenschauer herein. Und dort, wo es dann am Vormittagmorgen regnet, also speziell in und um Oberösterreich, da besteht Glatteisgefahr. Also bitte Vorsicht auf den Straßen. Der morgige Dienstag im Detail, also in der Früh Glatteisgefahr. Am Nachmittag, da regnet es und schneidet es entlang der Alp-Nordseite. Und der Westwind wird so richtig stürmisch böhen. Um die 80 kmh sind morgen möglich. Und dieser Wind, der bringt eben die milde Luft. Morgen, da liegen die Temperaturen am Nachmittag bei 4 bis 8 Grad. Es ist ein Auf und Ab mit den Temperaturen. Das zeigt uns auch der 15-Tage-Trend für Salzburg. Am Mittwoch wird es kurzfristig etwas kühler. Dann geht es auch schon wieder mit den Temperaturen bergauf. Und das kommende Wochenende, das wird aus heutiger Sicht wieder kühler. Das war's vom Wetter. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend.